ja moin moin wir sind hier auf der verlassenen Zesche im Ruhrgebiet genaue Orte kennt ihr ja schon werden nicht bekannt gegeben aber hier sieht es natürlich auch schon wieder aus wie bei Hempels unterm Sofa wie ihr hier sehen könnt dass hier war damals die Halle wo alle reingefahren sind hier Sicherheitsinformationen und so weiter und so fort hier vermute ich mal waren damals die Büros ja könnte man meinen ja ja guck mal Leute waren damals die Büros ja so war es gleich geht es weiter